hallo guten tag und herzlich willkommen zur aktuellen ausgabe des wetterberichts aus freundenberg an der ruhr präsentiert von der handelsvertretung jörg lehmann aus halle der wetterbericht vom vierten elften startet mit einem ausblick vom dritten elften nämlich gestern abend beim sonnenuntergang um kurz vor 17 uhr da kann man sehr schön sehen wie die sonne am horizont verschwindet und man sagt ja immer wenn die sonne so untergeht dann gibt es einen schönen tag und wir sind schon beim nächsten tag heute morgen war es dann auch sommerlich ein blauer himmel mit leichten schäfchen wolken mit einer temperatur bereits um 9 uhr von 18 grad ein leichter südwestwind und die erwartungshaltung für heute sommerliche 20 grad in freundenberg und die bauernregel des tages die sagt uns am vierten november novemberwind scheut scharf und rind das war der freundenberger wetterbericht von heute präsentiert von der handelsvertretung jörg lehmann und ich freue mich wenn ihr morgen wieder beim wetter dabei seid und sage bis dahin in alter frische